Ah, jetzt hab ich ne dicke Wummer. Hab ich... Nö. Dann ist das wirklich durch die Relic. Fehlfunktionen. Norinobo! Hallo! Ich bin durch die Hölle wegen dir gelaufen. Okay, ja. Ihm darf auf keinen Fall etwas zustoßen. Nein, das will ich doch nicht tun. Keine Sorgen. Das Vergnügen überlasse ich dir. Darf ich? Danke. Was zur Hölle ist hier passiert? Was zur Hölle? Warum... Warum braucht man so einen langen Mantel? Das ist sowas von unnötig. Deine geliebte Schwester. Die... Die deine Leute fast... Umgebracht hätten. Sie sollte ihnen anwesend bleiben. Wo sie sicher ist. Nee. Ich hab versucht sie zu schützen. Jede Gefeinde hat sich schwebt. Ging von dir aus. Sonst keine... Wo ist sie? Äh. Äh. Jetzt... Warten wir schon. Ja, okay. Kann ich nicht die Waffe nehmen und einfach irgendwo wegschmeißen? Behalte ich dich im Auge. Also... Tu nichts... Dummes. Warum sollte ich? Ich hab alles getan, was ich konnte. Mir bleibt nichts. Die... Du nicht. Sie hatte nur noch eine Kugel. Die ist nicht für dich. Nein. Das ist. Sieh hin. Was erblickst du? Ein Kerl, der verloren hat. Ein Kerl, der verloren hat. Und Chaos. Nur einen? Ich sehe Millionen. Geht Arasaka jetzt gerade den Bach runter? Achso, ja stimmt. Die Börse geht den Bach runter. Paris. Diese Leute hatten heute eine Chance. Aber sie haben sie verloren. Eine Chance. Eine Chance. Worauf? Ihre Angst zu vergessen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. So hilfst du den Leuten, ihre Angst zu vergessen, indem du sie umbringst? Tut mir leid. Aber das verstehe ich nicht. Angst. So lange ich mich erinnere, eine Sache muss ich ihn lassen. Er wusste, wie man den Leuten Angst machen kann. Saburo. Ich habe mir mal gesagt, alles vom Wert ist wie Flaggen im Wind. Und der Wind ist die Angst. Und dann weißt du, was er getan hat. Mir ins Gesicht gepustet. Doch jedes eine Mal lag er falsch. Bei anderen ging sein Plan auf. Er wurde gefürchtet. Selbst jetzt noch. Du warst tot. Idioten. Die sich vor einem Toten fürchten. Erbärmlich. Das wollte ich ändern. Wärst du doch nicht aufgetaucht. Ich kann ja, ich komme jetzt nicht ganz hinterher. Du hast alles vergessen. Du hast alles vergessen. Du hättest nichts verändert. Naja, fragen wir mal noch. Du hättest überhaupt nichts verändert. Du bist genau wie er. Du willst nur Macht. Macht? Ersthaft? Macht! Vor 50 Jahren jagten Terroristen dieses Gebäude in die Luft. Ja, ich weiß. Hab davon gehört. Und? Was hat es gebracht? Nicht viel. Gar nichts. Aber ich hab daraus gelernt. Wenn Bomben hochjagen nicht reicht. Was tun? Selbst zur Bombe werden. Oh Gott, der jagt sich hoch. Anako kommt. Wer ist ihr? Hanako. Nisang. Ich habe erwartet. Wenn die Welt zerbinden. Du bist immer dort. Hör dich. Ich danke dir, Vi. Das wäre alles. Nicht ganz. Noch nicht. Ich halte mich an unsere Vereinbarung. Du gehst mit Helman. Und du? Und du? Ich bleibe bei meinem Bruder. Aha. Helman? Ach komm, sehen wir uns dein Problem an. Ja bitte. Mach aber keine. Darf ich kurz über seinen viel zu langen Rock oder was es ist treten? Darf ich die Waffe mitnehmen? Nein? Darf ich die Waffe gegen euch richten? Auch nicht? Okay. Okay. Das Schicksal ist mächtig flatterhaft. Tch. Wovon redest du? Du kämpfst dein ganzes Leben gegen irgendwas. Nur um am Ende selbst dieses etwas zu werden. Ach. Huch. Wir ziehen jetzt um. Nö. Jetzt sind wir zusammengesackt. Wir müssen zum Mikoshi. Ah. Da sind wir auch. Wir sind auf jeden Fall nett. Sieht aber nicht so sehr nett aus. Okay. Links und rechts sind Alfa-Wänder. Sieht so ein bisschen aus wie eine Pyramide der Inka. Äh. Was wird denn jetzt passieren? Wir haben auf jeden Fall noch unser Charaktermodell. Gehen wir treppen. Wir müssen durch das Licht gereinigt werden. Aha. Jetzt laufen wir wie Motten einfach ans Licht rein. Da ist Johnny. Es hat funktioniert. Ich hab's geschafft. Johnny. Hanako hat Wort gehalten. Wenn ich dich anguck, weiß ich noch wie wir uns begegnet sind. Ich sehe dieselbe Person vor mir. Einen kleinen Dieb mit großen Träumen. Hast dich kein Stück verändert. Ach Johnny. Nee. Du irrst dich. Der V, der ich war, hätte es nie hergeschafft. Er hätte nicht überlebt. War zu schwach. Ich bin stärker als er. Mag sein. Aber der alte V hätte nie jemanden verraten. Moment mal. Du denkst, ich hab dich verraten? Schlimmer. Du hast dich selbst verraten. Der wer ist? Johnny, was meinst du denn jetzt? Ah, jetzt hab ich gar nicht... Du willst über mich urteilen? Du verstehst nichts. Der Biochip hat mehr als unsere Erinnerungen vermischt. Die Grenze zwischen V und Silverhand. Die ist schon längst verschwommen. Und das gibt dir das Recht auf mich herabzublicken? Ich bin der V, der um Jackie trauert. Der Brigitte verabscheut. Der V, der von Schuldgefühlen zerfressen wird. Und du? Wer bist du? Der V, der auf einer Müllhalde starb. Der V, der sich entschlossen hat zu überleben. Verbittert und traurig. Das bin ich mittlerweile. Ich habe geschafft, was ich wollte. Ich bin ein Sieger. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Wir sind miteinander verwoben. Du und ich. Wir sind eins. Wenn du hier bist, um mir was zu sagen, dann nur, weil du es selbst hören musst. Ich will alles klären. Ich will alles klären. Arasaka-Ärzte holen jetzt den Chip raus. Ich meine, du wusstest, dass das kommt. Dass ich eines Tages wieder normal sein und mein Leben zurück haben will. Scheiß auf normal. Was ist schon normal? Die schneiden ein Stück von uns raus. Und da bleibt nur eine klaffende Leere. Was hätten wir denn tun sollen? Was hätte ich denn tun sollen? Dir selbst treu bleiben? Schon mal irgendwas von Loyalität gehört? Ja. Eigentlich schon. Wenn du Schiss hast, dass Arasaka dich in neuen Seelenknast schmeißt. Keine Sorge. Sie werden dich schreddern. Ach. Du wirst es nie raffen. Es geht nicht um Arasaka. Nicht mal um Leben und Tod. Worum geht es denn dann? Worum geht es denn dann, Johnny? Erleuchte mich. Es geht ums Prinzip wie. Das ging es schon immer. Es ist egal, wie viel Chrom du hast oder ob du dich jede wache Minute in der BD-Fantasie verkriechst. Definieren tun dich nur deine Prinzipien. Sie zeigen dir immer, wie du nach Hause kommst. Helfen dir wieder zurück zu dir. Wenn du am Boden bist. Ist das das Motto, nachdem Rockerboy Silverhand gelebt hat? Nein, das ist etwas, was Johnny von V gelernt hat. Dem alten V. Ah, tschüss Johnny. Ich will das nicht ewig in die Länge ziehen. Wir sehen uns, Johnny. Und danke für alles. Ohne dich wäre ich schon längst tot. Mehr als einmal. Ich will nicht arschig mit ihm auseinander gehen. Das hat Johnny nicht verdient, auch wenn er ein Arsch ist. Tschüss. Weißt du noch Decks Frage? Ruhiges Leben? Oder ruhmreich draufgehen? Ja, weiß ich noch. Ein Jammer. Hast die falsche Wahl getroffen. Wie, hä? Gehen wir jetzt drauf? Oder weil wir ruhiges Leben gewählt haben? Johnny. Ja. 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 Ja.